Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir sind schon mit einem Bein in Berlin. Bei manchen sind es zwei, bei manchen vielleicht auch drei. Wir freuen uns auf den Fashion Berlin, der ist aber leider erst danach, das Wochenende. Dieses Wochenende geht es nach London. Zum Beispiel für meinen heutigen Podcast-Partner, wir reden über Monday Night Raw. Es ist nicht Virgil, nein, nein. Es ist der Chris und den Chris kennt ihr von SmackDown und das Chris, der meckert es seit Monaten. Wie scheiße SmackDown ist. Und er hat sich so gefreut, endlich mal zu Raw. Chris, wir haben hier bockstarke Folgen teilweise, ne? Ja, teilweise. Mal gucken, ob das heute wieder so war. Und damit, hallo Marcel, hallo liebe Zuhörer, freut mich hier am Start zu sein. Ja, ich dachte mir, jetzt nach den ganzen Flauten bei SmackDown, da brauche ich mal was Gutes, was richtig Gutes. Und ein bisschen Sehnsucht nach Karrion Kross hatte ich auch. Und deswegen muss ich heute mal zum roten Brand, Marcel. Das wird so lustig, denn es war keine bockstarke Folge, aber das macht nichts. Wir werden gleich drüber reden, das ist toll. Wir müssen so viele Werbung machen. Also wie gesagt, in zwei Wochen ist Fashion Berlin, das Wochenende am Samstag. Am Freitag ist schon SmackDown und wir wissen seit heute, oder die wussten wir schon vorher, aber ich weiß es seit heute, 16 Uhr. Am Freitag in Berlin, da ist die Kick-Off-Show. Da kommen sie alle und wir werden gleich noch Namen verkünden, ihr ahnt es nicht. Sie kommen alle. Michael Cole ist da und es ist free for all. Da werden wir uns schon treffen, ey. Da hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und zwar ist das auf diesem Uber-Platz, vor der Uber-Arena, also direkt vor der Arena. Da ist so ein kleines Plätzchen, ein kleiner Springbrunnen, wo wir uns damals getroffen haben. Und da sind die alle da und labern und man kann einfach frei reingehen, wenn man Bock hat. Da sind wir da und da seid ihr auch da. Wenn ihr keine Tickets habt, ihr seid alle da in Berlin, zumindest an dem Freitag, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also wenn irgendwer uns treffen will, es gibt so viele Möglichkeiten wie noch nie. Es gibt den Platz vor dem Bash, es gibt den Bash, es gibt SmackDown, es gibt Community-Treffen, GWF. Wir laufen überall rum. Und wir sind überall in Berlin und da hoffe ich, dass ich viele von euch sehe. Also auch bei diesem Ding da um 16 Uhr. Wird doch ganz lustig. Dann kann das hier im Punk uns mal was sagen, was dieses Armband wirklich für eine Bedeutung hat. Er hat heute ein bisschen angefangen. Der soll das da mal ein bisschen vortragen. Und von daher wird das ganz toll bei dieser PK. Jetzt hast du es ja schon verraten. Aber ist egal, ihr wisst es ja eh schon. CM Punk wird da sein. Hey, wir freuen uns mega gut. Community-Treffen wird dann sein. Also wir machen das Kick-Off-Ding. Wir machen SmackDown. Dann machen wir Berlin-Unsicher. Und am nächsten Morgen fahren wir dann rüber zum Takt-Theater nach Kreuzberg. Dann machen wir unser Community-Treffen. Ihr könnt noch Karten holen. Die letzten. Es wird Zeit. Ich kann jetzt verkünden, es gibt etwas Einmaliges zu gewinnen. Also wirklich was Legendäres, Exklusives. Werden wir im Laufe der Woche ankündigen. Ich glaube jetzt noch nicht. Aber das wird. Also werdet ihr haben wollen. Und ihr könnt schon Merch kaufen. Es gibt schon T-Shirts. Geiles Logo haben wir gemacht. Ich finde das cool. Haben wir selber erstellt. Ja, finde ich auch cool. Ja, check das mal aus. Check das auf jeden Fall mal aus. Du sagst, es gibt was zu gewinnen. Kann ich dann auch da gewinnen, Marcel? Du kannst dich selber gewinnen. Ja, vor allem kannst du eine Fukuhila gewinnen. Denn bei Chris600-Hashtag, wenn wir 600 Patrons schaffen, dann wirst du dir eine Fukuhila wie der Domdom schneidern lassen. Das wird richtig gut werden. Unterstützt uns. Also es hat sich selten gelohnt wie jetzt. Wir haben so viel Zeug, was wir gerade haben. Community-Treffen, haben wir gesagt. Ist natürlich auch für alle. Also nicht nur wer Patron ist. Wir haben ein Gunter-Interview. Das ist schon seit einer Woche oder so verfügbar. Für die schönen Patrons und Kanalmitglieder. Ihr könnt es ab Freitag, aber auch auf YouTube dann genießen. Gunter im Interview. Es gibt eine Doku auf dem Perkix-WWE-Kanal zu Gunter. Groß wird das. Wir haben einen Stammtisch gemacht. Wird Berlin scheiße. Wir haben es besprochen. Geil war das gewesen. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben einen Hauptkampf zum Bash in Berlin. Der ist schon raus. Mit Thomas Steuer vom RTL. Ich habe kurz gedacht, das wäre Pär. Wenn ihr euch das anhört. Vor allem in erhöhter Geschwindigkeit. Eigentlich ist es Pär. Das habe ich auch gedacht. Ich habe das auch gehört. Ich dachte, Pär bist du es. Aber der war viel zu sympathisch für Pär. Deswegen bin ich da wieder vom Weg gekommen. Aber trotzdem, der hat sich ein bisschen angehört wie der Pär. Der war zu sympathisch für Pär. Habe ich auch gedacht. Wir haben einen Nachschlag. Den habe ich gemacht mit dem Björn. Könnt ihr euch anhören. Kanalmitglieder. Das ist geil. Wir haben über Achterbahn geredet und über alles. Predictions-Video haben wir gemacht. Mit dem Torpedo und dem anderen Tobi. Großartig. Es hat sich selten so gelohnt. Und da gibt es natürlich zu All-In auch verschiedene Features. In London wird das sein. Du wirst da sein, mit dem Tobi sein. Aktuell ist es so geplant. Wir werden einen Livestream auf Twitch machen. Ich glaube, Pär und ich und vielleicht noch irgendwer. Das heißt, ihr könnt gucken. Twitch.tv.spot.de Mit uns live. Und am nächsten Tag am Montag. Ihr fahrt erst geruhsam nach Hause. Schön einmal. Ihr verliert auch einen Koffer. Der Flug kommt nicht. Ihr kennt das alles. Und Montagabend ist es geplant. Eine Live-Review, wo ich dann auch dabei bin. Ich bin dann die Stimme der Vernunft, der das im TV geguckt hat. Also auch das AW All-In. Geil wird das. Also wir machen so viel. Das ist unfassbar. Ich kann das alles gar nicht mehr. Es sind heiße Wochen. Heiße Wochen bei Spotfight. Und für alle, die auf Video-Formate stehen. Es kommen vielleicht auch Videos für euch aus London, aus Berlin. Also da haben wir auch noch was im Petto. Von daher ist es so viel am Start, Marcel. Es ist unfassbar. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Samstag auf jeden Fall erst mal London. Danach ein bisschen sortieren. Und dann sind wir ja schon ganz, ganz kurz vor Berlin. Das wird, das werden heiße zwei Wochen jetzt. Also jeder, der auf Wrestling steht, der hat eine geile Zeit als Fan. Ich sag's dir. Mega wird das werden. Und ich freue mich so auf alle. Das trifft uns auch voll geil. Ein letztes noch. Meine vertraglich zugesicherten fünf Minuten neigen sich dem Ende jetzt mal in eigene Sache. Ja, ist doch wieder Fußball. Ich hab doch meine Fußball-Kick-Tipp-Gruppe, liebe Leute. Hat eigentlich nichts mit Spotfight zu tun, aber wir treffen uns da alle. Ihr könnt da wieder teilnehmen. Ich hab auch die ganzen Auswertungen alles vergessen. Deswegen verkündige ich das jetzt offiziell. Die WM hat der Kevin, die EM war, hat der Kevin gewonnen. Glückwunsch. Ich bin 57. geworden. Naja. Und die Bundesliga letzte Saison. Spannend bis zum Schluss. Und auf dem Podest. Ich hab's. Jan 91 und Johnny L 981. Aber Sieger der einzig wahre. Nico, da bin ich 45. geworden. Also Nico huldigt ihm. Ich sage kicktipp.de slash Wrestlingball. Neue Saison ist jetzt drin. Ja, einfach auf Kicktipp gehen und dann die Gruppe Wrestlingball. Kann jeder mitmachen. Es gibt nichts zu gewinnen. Ich interagiere da auch nicht mit euch. Ich hab gar keinen Bock. Was soll's. Aber wir können Bundesliga tippen. Das wollte ich noch sagen. Freuen wir uns. Du machst auch mit, ne? Erstmals jetzt. Meld dich mal an. Ja, jetzt kommende Saison mach ich da mit. Also letztes Jahr, da hätte ich vielleicht einiges falsch gehabt. Wir hatten so ein privates Kickspiel. Es war nicht so gut. Es war wirklich nicht so gut. Das als Leverkurs. Ja, aber wer hätte denn gedacht, dass die Meister werden? Und wer hätte gedacht, dass Stuttgart Zweiter wird? Völliger Wahnsinn. Aber dieses Jahr, Marcel, da werde ich angreifen. Und auch wenn es nichts zu gewinnen gibt, werde ich mir dieses Ding holen. Ja, ja. Da bin ich mir sicher. Das sag ich mir auch jedes Jahr. Ich komm immer über die Zusatzfragen, ne? So, wer wird Dritter und so, Aufsteiger. Das kann hier mal alles gut. Egal. Ihr macht da mit. Wrestlingball ist genannt. Wir machen jetzt eine Runde Raw. Wie gesagt, der Chris freut sich, dass er endlich mal eine gute Show sehen durfte. Bei SmackDown ist es sehr müde. Vor allem, wenn Roman Reigns nicht da ist. Die letzten Wochen war er immerhin da. Das hat es zumindest auf Teserstreifen angehoben. Nun ja, wir sind in Fort Lauderdale. So spricht man das aus. Fort Lauderdale in Florida. Ich muss sagen, wer ankommt. Das ist meine Pflicht. Sie empfangen, kommt an mit einem Kefken dabei. Wunderbar. Die Ex-Hexen kommen an. Großes Juppelswert angesagt. Um deren Gürtel, Leute. Jetzt kommen diese, naja, ich nenne sie wie weiterhin Dangerous DeVille Group an. Wir nennen den Namen hier nicht, weil der so scheiße ist. Wir nennen ihn nicht. Michael Cole hat einmal Dangerous DeVille Group gesagt. So heißen die. Io Skye und Kairi Sane kommen an. Dakota Kai immer noch nicht dabei. Verletzt, Krankenhaus, weiß ich nicht. Und dann kommen noch die Terror-Twins, Demi Priest und Rhea Ripley an. Denn die sind auch immer da. Und da freuen wir uns doch sehr. Das ist doch schön. Wir gehen rein in die Show, in die Halle. Randy Orton eröffnet Monday Night Raw Smackdown Superstar. Randy Orton. Der Gunther hat letzte Woche über Papa und Opa geredet. So Papa Orton, Opa Orton. Und deswegen hat er sich ein AKO angefangen. Das sagt uns Randy Orton nochmal. Das war der Inhalt. Gunther kommt rein. Ich will nur eins von dir, Randy. Halt die Fresse. Und alle am Buden. Ist ja ein Deutscher. Die werden ausgeboten. Sollen wir jetzt stolz sein, dass du mich hinter uns attackiert hast, oder was? Dadurch wird es jetzt natürlich persönlich, mein Freund. Es gibt keinen AKO mehr. Ich werde dich blutend zurücklassen in Berlin. Randy Orton sagt dann noch, ich werde dir meinen Stiefel in den Arsch schieben. Naja. Und jetzt kommt Ludwig Kaiser. Der versucht jetzt von hinten zu attackieren. Aber Randy Orton, der reilt das. Zuerst reilt er das. Dann geht er aber doch zu Boden. Und Gunther gewinnt mit Luki. Da haben wir doch unser Main Event zusammen. Und mich gefreut, Chris. Willkommen bei Raw. Chris ist da und wir haben keinen Inhalt mehr. Schade. Schade, ja. Das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht. Aber so schlecht fand ich das nicht. Hier waren ein paar gute Witze bei. Und wir haben ganz am Anfang die Juba-Arena in Berlin gesehen. Also es spielt doch alles drauf hin. Das ist schon irgendwie ganz nett. Aber so richtig guter Inhalt war jetzt hier nicht am Start. Ja, ein bisschen hin und her gebettelt. Gunther hat krasse Reaktionen gezogen. Also ich finde, das ist gut ausgebucht worden. Also keine Ahnung, wo die Heat auf einmal herkam, weil das vorher nicht so krass war. Ja, und jetzt haben wir den guten Ludwig im Main Event von Raw. Und das ist doch das beste Takeaway, was man hier rausziehen kann. Ludwig Kaiser im Main Event einer Raw gegen Randy Orton. Das kann man auf jeden Fall machen. Ja, ansonsten war hier tatsächlich gar nicht so viel drin. Und ich habe mich gefragt, diese tollen Fäden, die hier immer bei Raw sind, warum kriege ich denn davon nichts mit? Habe ich irgendwie die falsche Show eingeschaltet? Gibt es da ein Secret? Also das war mittelmäßig. Ja, es muss man nie leben. Also das waren die letzten Wochen wirklich alles super. Bockstark. Für Virgil fast bockstark. Für mich immer bockstark. Und jetzt kommt der Chris und dann heißt es einfach, ich schiebe dir die Stiefel in den Arsch und dann wird attackiert und wir haben ein Main Event. Das ist wirklich Zeitreise vor, vor fünf Jahren, als noch alles egal war und einfach reingeschwissen. Aber ja, das war ein sehr simples Mittel und das war nicht besonders überzeugend. Ja, so kann man es sagen. Wir haben es auch manchmal anders gehabt. Wir haben da auch mal Inhalte und wirklich Begründung, Motivation und so. Twist und Turns. Das war jetzt hier nicht, aber macht ja nichts. Luki im Main Event, wir freuen uns drauf. Jetzt hat sich der Luki auch mit Sheamus angelegt, gleichzeitig und Pete Dunne auch mit Sheamus. Was sagt denn jetzt Sheamus dazu? Der Pete hat mir die Hand kaputt gemacht. Dafür gibt es jetzt heute Rache. Unser erstes Match of the Night ist Sheamus gegen den Peter ohne er, gegen Pete Dunne und Sheamus versucht es direkt mit dem Bro-Kick. Aber Pete Dunne ist ja auch nicht von vorgestern. Der war ja ein langer Brawling-Blood, das weiß der natürlich. Pete Dunne ist dann voll brutal mit der Ringtreppe und alles, weil die Hand ist ja auch kaputt und sie wird noch kaputter. Bro-Kick wieder verteidigt. Ah, Sheamus muss sich mal was Neues ausdenken, dachte ich mir. Nein, jetzt ist die Hand drin im Turnbuckle-Ped. Aua, aua, aua. Aber Sheamus reißt sich da einfach raus. Was soll's? Dann gibt es Donner hat den Bro-Kick und am Ende wird Pete Dunne weggebutscht. Das war's. Sheamus siegt. Ja, was soll ich dir groß dazu sagen? Es ist genau das, was du beschrieben hast. Es war so ein Match, da hatte ich so das Gefühl, dass man den Butch wieder ein bisschen positioniert hat. Der hat ja jetzt mal mit den Großen rumgespielt. Da hat man gesagt, komm, vielleicht gewinnt der gegen den Großen Sheamus. Nö, Pustekuchen. Der verliert jetzt und ja, jetzt ist er wahrscheinlich wieder irgendwo in der Undercard unterwegs. Schade, er hatte aber einen kurzen Ausreißer. Das war ganz nett. Und was ich viel interessanter fand, war am Anfang der Dialog zwischen Ludwig und Sheamus. Braut sich da noch was auf in Richtung Berlin? Ich meine, wir haben noch eine Raw-Episode. Wir wollen natürlich unseren Hamburger Jungen, unseren Deutschen wollen wir natürlich auch in Berlin sehen. Und da wäre ein Match gegen Sheamus ja gar nicht so verkehrt. Von daher war das sehr interessant. Ansonsten ja, wie gesagt, Butch beziehungsweise Pete Dunne. Ich weiß nicht, was man mit dem jetzt noch vorhat. Also der hat jetzt hier clean verloren, obwohl er sogar unfair war in dem Match, hat er clean verloren. Sheamus, ja, geht auch nicht groß gestärkt raus. War so ein Match, was da war. Aber nichtsdestotrotz für mich das Match of the Night, weil es einfach vom Match-Technischen schon ganz gut war. Oder was sagst du? Nee, nicht mal Match of the Night. Aber ja, ja, es ist einfach, es ist erschreckend deiner Aura. Aber es ist wirklich, es ist Smackdown geworden. Du hast einfach ein Eröffnungssegment ohne Inhalt, wo du ein Main-Event reinfräst und dann hast du danach so ein cooles Match irgendwie, was nicht so wichtig ist. Das war jetzt unser Camelo-Haze gegen Andrade-Ding, einfach so. Also ich weiß, die Match war gut, ja. Und das geht ja auch weiter zum Besten in Berlin. Es ist noch nichts angekündigt. Ich würde natürlich gerne Ludwig Kaiser sehen, aber ich glaube langsam nicht mehr so da dran. Also uns gehen die Raws jetzt langsam aus. Und für den objektiven Beobachter irgendwo in den USA ist halt Ludwig Kaiser gegen Sheamus ist gegen Pete Dunne oder Ilja oder so, ist vielleicht dann doch nicht so pay-per-view-mäßig oder so ein Premium-Live-Event. Da macht die WWE relativ selten, dass man solche Matches dann draufholt, die zwar schon irgendwie Zusammenhang haben, aber auch nicht so wirklich. Also eigentlich ist das was für Raw, was man gut machen kann oder vielleicht für Smackdown vorher. Die sind ja auch im Dark-Match schon angekündigt für Smackdown. Da treten ja zumindest auf. Aber es wird langsam eng. Also vielleicht kommt Loki wahrscheinlich nur zu Gunther dann raus und kündigt ihn an. Vielleicht ist das seine Rolle. Ja, ich glaube auch, dass es seine Rolle wird. Und leider Gottes, ich meine, wenn wir uns doch die Card anschauen, wir haben es jetzt, naja, gleich wird noch was angekündigt, aber wir haben drei Raw-Matches und ein Smackdown-Match. Ich glaube, Smackdown hat so das Pulver für den Bash in Berlin verschossen und da wird kein Match mehr draufkommen. Und hier ist so der Punkt, wo ich mir denke, ist es schade, dass wir keine Pre-Show-Matches mehr haben. So wie damals, da sind dann so Matches eben reingekommen. Also da werden Ludwig gegen Sheamus in der Pre-Show. Das wäre geil, um die Crowd anzuheizen, weil du schickst einen Deutschen raus, bevor der Bash losgeht. Ich glaube, das wäre gut gezogen, macht die WWE leider nicht mehr und von daher wird ja, der gute Ludwig da wahrscheinlich nicht auf die Card kommen. Schade ist, aber ja, wie du gesagt hast, für den Ami ist er halt ein Deutscher, der in den Ring geschmissen wird, nicht so heiß und da fehlt halt noch einiges, um auf so eine PLI-Card zu kommen. Ja, man hätte es ein bisschen anders bucken können. Also du hast ja jetzt schon zweimal Lucky gegen Sheamus gehabt. Das ist ja eigentlich schon durch das Ding. Man hätte es aufbauen können über Pete dann, dass dann irgendwas entsteht, dass da wieder so eine Blutfäde entsteht und dass sich das dann in Berlinern auflöst. Sheamus gegen Ludwig Kaiser zum ersten Mal. Aber so, ich glaube jetzt tatsächlich nicht mehr dran. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt wird dann auch in den Shows gezeigt, wahrscheinlich war es vorher schon auf den Social Media, ich habe es noch nicht wieder mitgekriegt, diese Kick-Off-Show. Das wird geil werden. Bitte kommt da hin. Lasst uns da alle treffen. Lasst uns der WWE zeigen, dass es geil ist, in Deutschland unter Wrestling zu veranstalten. Michael Cole wird das moderieren. Angekündigt sind und das sehe ich jetzt dann zum ersten Mal. CM Punk und Drew McIntyre. Wird gleich erst in der Show aufgebaut, aber die sind beide da. Randy Orton wird in diesem Kick-Off-Ding sein. Rhea Ripley wird da sein. Liv Morgan, Dominic Mysterio, Damian Priest. Habe ich wen vergessen? Ich weiß es nicht. Die großen Namen werden da sein und das Wichtigste. Unseren Ring-General, Marcel. Gunther habe ich vergessen. Sorry, Gunther, bitte hör das jetzt nicht. Gunther wird auch da sein. Er wird seinen Gürtel schön zeigen. Aber es ist vor allem free for fans, da steht er. Das heißt, wir können da alle einfach reingehen und Gas geben und Stimmung machen und schreien. Und ich finde, anders als in den Matches, wo wir nicht zu sehr von den Matches ablenken sollten, auf dieser Kick-Off-Show könnt ihr singen, was ihr wollt. Und wenn ihr völlig los singt, ich werde singen und ich werde mit dir groß groben grölen. Da ist das erlaubt. Da freue ich mich sehr drauf. Denn da können wir nicht alle hin und müssen keine 500 Euro für Ticket zahlen. Ja, das machen wir. Wenn der Triple H da auf der Bühne steht, da müssen wir richtig losgrölen, damit er mal mitkriegt, dass die deutschen Fans heißen und dass wir auch mehr bekommen. Weil ich glaube, die WWE wird auch ein Auge drauf schmeißen, was wir da machen, um vielleicht potenziell in Zukunft noch mehr zu bringen. Und deswegen müssen wir da ein gutes Bild abliefern und so ein bisschen Major Tom singen. Das wird den Triple H bestimmt, wird ihm gut imponieren. Und von daher sollten wir das machen. Und wir werden, zumindest wir beide, wir werden da richtig losgrölen, Marcel. Absolut. Also unser Ziel ist, dass wir dann in unserer Smackdown-Review keine Stimme mehr haben. Die übrigens beim Community-Treffen stattfinden wird. Ich kann es nur noch mal betonen. Chris und ich und Tobi, wir drei machen eine Review, in der ihr auch beteiligt sein werdet. Wir werden ins Publikum gehen mit Mikrofon und ihr könnt eure Meinung sagen zu Smackdown. Eine Review. Die wird dann veröffentlicht natürlich auf allen Kanälen, wie ihr das gewohnt seid. Aber live dabei ist nur in Berlin. Deswegen kommt. Kommt. Macht das. Spotfight.com slash Berlin. Wir machen weiter mit Raw. Wir sind mal beim New Day angekommen. Der ist ja jetzt mit Odyssey Jones. Ich habe es ja falsch verkündet. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt der neue New Day, also der New New Day. Aber Odyssey Jones ist bis jetzt noch ein Anhängsel. Man möchte heute gewinnen gegen Final Testament. Es gibt jetzt ein privates Gespräch zwischen Saber Woods und Kofi Kingston. Da ist ja noch einiges offen. Alles okay bei uns, fragt der Kofi. Ah, der Woods sagt, ja, weiß ich, ist okay. Karen Cross hat uns so ein bisschen entzweit. Aber wir wissen ja, dass der Cross das macht. Wir sind Familie und so. Aber trotzdem hätte ich gerne vorher mit dir über Odyssey Jones geredet. Weil der auch so ein bisschen der Big E noch mitschwingt. Kofi sagt, nein, keiner ersetzt den Big E. Das ist einfach nur ein neuer Dude. Der ist geil. Der sitzt im gleichen Brot wie wir. Alles wunderbar. Und Xavier Woods, naja, das war so ein aufgesetztes Grinsen. Hast du das abgenommen? Fand er jetzt gut oder ist da noch was beim New Day? Ich glaube, das fand er nicht so gut. Ich glaube, das fand er tatsächlich nicht so gut. Ja, der ist ja noch nicht so überzeugt. Also ich finde den Odyssey Jones eigentlich ganz sympathisch. Der bringt sich da rein. Der hat auch richtig Kraft. Da hat er die beiden von AOP, einmal Sidewalk Slam, Buds. Das war doch impressive. Also ja, spätestens da hätte er mich als Woods überzeugt. Und da hätte ich den reingenommen, bis der Big E irgendwann hoffentlich wieder fit ist oder halt eine Managerrolle oder so nimmt. Und der soll doch froh sein. New Day, lange nichts mehr gewonnen. Da kommt der Odyssey Jones, die Siege kommen wieder rein. Und deswegen der Woods, der soll nicht so grimmig sein. Also der soll mal wirklich auf sein Leben klarkommen und den einfach akzeptieren. Aber ich glaube, dass er noch nicht so weit ist. Und deswegen wird das noch ein langer Prozess, bis er den Odyssey Jones wirklich akzeptiert. Marcel? Das wird ein sehr langer Prozess mit sehr viel Karrion Kross und Paul Ellering. Wenn wir gleich drüber reden. Jetzt erst mal ein Bron-Breaker-Clip. Ich bin hier, um diesen Ort zu übernehmen. Keiner kann mir den Titel wegnehmen. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass Bron-Breaker ein guter ist. Also alles, was der sagt, ist eigentlich gut. Nur, dass der manchmal böse Dinge tut. Twina, sagen wir mal. Twina. Kommt gleich noch, Bron-Breaker. Reden wir drüber. Jetzt haben wir erst mal Avi Neill. Avi Neill hat sich letzte Woche böse gegen Maxine Dupri gewendet. Sie hat ihr ja eine Chance gegeben. Komm rüber zu uns. Oder, naja, und dann hat sie halt attackiert. Was soll's. Jetzt trainiert sie fleißig. Dann kommen die Boys vorbei. Gable und die Creed Brothers, American Mate. Und die begrüßen sie im Team. Wunderbar. Gut, dass du da bist. Jetzt packen wir erst mal die Alpha Academy weg. Und dann geht's gegen die Wild Six in nahe Zukunft. Jetzt ist das Match. Und Chris, willkommen bei SmackDown. Maxine Dupri gegen Ivy Neill. Du wolltest Raw. Hier hast du Raw, Chris. Aber Maxine tritt jetzt von hinten. Die verprügelt außerhalb des Rings. Die ist mega motiviert. Also richtig. Die hat richtig, richtig, richtig Beef mit der persönliche Geschichte. Aber Ivy Neill wehrt sich. Das Match fängt nie an. Was sagst du zu diesem Match? Also wir haben keinen Match. Denn das Licht geht jetzt aus. Das war doch mal nett, oder? Ja, ich kann zu dem Match nichts sagen, weil das Match nicht stattgefunden hat. Maxine, ja, die zeigt eine neue Facette. Aggressiv geht sie drauf. Fisherman Suplex draußen außerhalb des Rings, Marcel. Ja, ich höre auf, das zu hypen. Es war nicht so geil, wie es vielleicht anfangs geklungen hat. Aber ja, Match hat halt nicht stattgefunden. Was ich mitnehme, American Mate etabliert sich. Aber da fehlt dann auch jetzt so langsam so der nächste Schritt. Weil der Gable, wenn wir jetzt mal so auf sein Jahr zurückschauen mit IC-Title etc., da hätte ich mir irgendwie mehr vorgestellt für das Jahr. Also dass der da jetzt wieder so ein bisschen mit Wilds rumdümpelt und so. Ja, ich hoffe, dass der irgendwann seinen Payoff kriegt und vielleicht doch mal einen Titel in die Höhe schrecken kann. Der Look von American Mate ist richtig cool. Die haben jetzt Shirts und die haben so eine Pose. Das sieht schon cool aus. Aber sonst nehme ich hier nicht so viel von mit. Und zu dem Match, was nicht stattgefunden hat, kann man halt auch nicht so viel sagen. Das war zwei Minuten, bis das Licht ausging. Ja, ja, das ist jetzt das Gute. Du hast Raw wirklich verhext, seitdem du jetzt hier bist. Ich will den Virtual zurückhaben nächste Woche. Jetzt hat die Ivy Nile ein Problem, denn Nikki Cross steht auf einmal vor ihr. Sie wird genannt als Nikki Cross, die sich aber vorstellt, Abby the Witch zu sein. Michael Cole macht es jetzt wirklich offiziell. Alles ist so düster und alles ist am Flackern. Und jetzt werden die alle American Madele attackiert, denn plötzlich sind die ganzen White Six da. Gable bleibt am Ende übrig im Ring, wird umzingelt und dann kommt Uncle Howdy unter großem Jubel. Und er verpasst ihm das Sister Abigail und alle freuen sich wunderbar. Nächste Woche Uncle Howdy gegen Chad Gable angekündigt. Chris, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ich weiß nicht, welcher Tag heute ist, aber ich weiß auch nicht, was das mit den Whites zu tun hat. Aber hau raus, was haben wir heute? Ich sag's dir, heute auf den Tag genau. Vor sechs Jahren hatte Bo Dallas sein letztes Einzelmatch. Ist das nicht schön? Willst du raten, gegen wen und wo? Bei Raw? Wo? Bei Raw, ähm, ja lass mich raten. Vor sechs Jahren war 2018. Am 20. August 2018 ist es gewesen. Ich sag, er hat verloren. Ja, da kommst du eh nicht drauf. Finn Balor. Nee, Scott Dawson. Egal. Wie fandst du das mit den White Six? Oh, im Himmels Willen. Ähm, ja, das mit den White Six war ganz cool. Es ist halt, also so langsam lutscht sich das für mich dann doch ein bisschen aus. Also dieses Licht aus und man attackiert die. Ich find, es ist schon cool, weil die Visuals einfach geil sind, aber du gehst damit keine richtigen Schritte nach vorne. Wir hatten das Match jetzt, die haben ganz easy gewonnen und ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ähm, nächste Woche, Gable gegen Howdy. Ist das dann das Finale der Fede oder wie soll's danach weitergehen? Weil irgendwie drehst du dich dann im Kreis und das find ich ein bisschen schade. Auch das, ähm, muss man sagen, wäre potenziell ein Match gewesen, was man beim Bash auf die Kart hätte hauen können, wenn man da mehr Platz gehabt hätte, weil das eben einen langen Aufbau hat, hat man sich gegen entschieden. Dadurch kriegt Raw nächste Woche was, was ich leider nicht besprechen kann, was ich gern besprochen hätte. Ähm, aber ja, Wyatt's an für sich cool, aber ich warte immer noch darauf, bis so die nächste Stufe nach oben geht. Ja, ja, also für ein Premium-Live-Event ist es nichts. Also, keinen Platz kannst du ja auch nicht sagen, wir haben jetzt vier Matches, also Platz wäre schon da gewesen. Hätte man fünf Minuten reinräumen können, aber es ist dafür auch nicht groß genug, soll's ja auch nicht sein. Dann meckern wir ja wieder, warum die dann so viel Spot wegnehmen, obwohl die gar keinen Titel haben wollen. Und ach, nein, das ist schon gut, ich freu mich drauf. Du Dallas oder Uncle Howe, die dann wieder im Ring zu sehen. Chad Gamble ist natürlich der perfekte Gegner. Wie's dann weitergeht, weiß ich nicht. Ich find's halt interessant, dass Ivy Nile sofort Probleme kriegt, ne? Kauben hat sie sich einmal so rumgetwistet und ist böse geworden. Schon hat sie Probleme mit denen. Fand ich ganz interessant. Ja, wer weiß, wie's weitergeht. Otis wird irgendwann Champion. Wir freuen uns. Boah, hoffen wir's mit, äh, hoffentlich dann auch wieder mit Taki an seiner Seite. Taki! Taki! Ja, hoffen wir's mal, das muss irgendwann kommen. Um da einen Verdict zu machen, die sind auf jeden Fall viel cooler, also ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, aber als das, was Bray Wyatt die letzte Zeit gemacht hat, weil ich's endlich verstehe. Boah, bei Bray Wyatt, ich hab ja nichts verstanden, ne? Und jetzt weiß ich, wo die hinwollen, was die sind und damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Deswegen, White ist ein guter Zusatz bei Raw. Ist schon cool. Siehste, das heißt aber SmackDown halt nicht. Da kommen wir auch über Caring Cross hinweg. Den haben wir jetzt schon wieder vergessen. Haben wir vor fünf Minuten noch über Caring Cross geredet, ne? Naja. Haben wir? Kommt gleich. Nee, wir haben nicht so richtig. Der kommt gleich noch. Ach, was wollte ich damit andeuten? Wir haben gleich noch ein großes Match. Jetzt haben wir erstmal CM Punk. CM Punk spaziert ja zum Ring. Wir wissen jetzt zu dem Zeitpunkt, er wird in Berlin da sein. Geil, ja? Der hat sich jetzt, ich dachte, das wäre der Gürtel von Drew McIntyre umgehängt, weil den hat er ja geklaut letzte Woche. Da hatte der Drew McIntyre Probleme, die Hose festzuhalten, ne? Naja. Ist kein Gürtel, das ist ein Strap. Was das wohl bedeutet, ne? CM Punk geht in den Ring. Ich hab mir gedacht, Chris reviewt diese Show und deswegen wird er ja schon nicht allzu viel zu sagen haben. Und was sagt er? Eishockey ist toll und alle freuen sich voll, weil die haben gerade in Florida irgendwas gewonnen und so. Wunderbar. Inhalt, nein, so, aber jetzt ist eine News, die möchte er verkünden, die große News, aber erstmal hat er eine Story von uns. Es war einmal ein Frosch und ein Skorpion. Nein, das ist eine andere Story, die gehört wem anders. So, irgendwer hat den CM Punk mal gefragt, warum es gerade so geil läuft. Ihr seid der Grund und alle, yeah, wir sind der Grund, geil. Da kommen Leute 15 Stunden angeflogen, nur um CM Punk zu sehen. Geil, das bedeutet ihm sehr viel. Die haben ihm sogar Armbänder gebastelt, das ist geil. Ich hab ja nur jemanden komischen, ich hab's jetzt nicht mehr da, aber dieses komische Armband da gehabt aus dem Dingensladen. Nee, nee, die haben richtig was gebastelt, wunderbar. Ja, Inhalt, Chris, also das war doch mal Inhalt, da hast du dich doch gefreut, von SmackDown weg zu Raw und endlich kommen die großen Themen raus. Ja, ich bin ja großer Swifty, deswegen hat mich eine Line besonders gefreut. Er hat gesagt, ich bin der Taylor Swift der Männer. Das fand ich toll. Das ist, CM Punk ist mein Taylor Swift. So ist das nämlich. Ja, ansonsten, ja, also wenn das Drew McIntyres Gürtel um seine Hals gewesen wäre, dann hätte der ein ziemlich großes Gesäß, muss man sagen, weil das war ein ziemlich langer Gürtel. Ja, läuft er da rum, Inhalt war jetzt auch nicht so wirklich vorhanden und so langsam, ja, hab ich mir gedacht, was ist denn an Raw so toll, was machen die denn? Die hatten mal Inhalt, bevor du gekommen bist, die haben so tolle Sachen gesagt. Marcel, was muss ich denn tun, damit das Karma wieder auf meiner Seite ist, das kann doch nicht sein. Weiß ich nicht, du hast ja gerade gut angefangen, indem du Per gedisst hast, das ist ein Anfang. Da auf der Schiene würde ich weiter reiten, aber jetzt kommt die News. Pass auf, jetzt kommt die News, CM Punk erklärt es uns, Joe McIntyre, wir sind noch nicht fertig, wir werden beim Bash in Berlin ein Strap-Match machen, wuhu. Das ist geil, das ist geil, CM Punk gegen Joe McIntyre, wer hätte das gedacht? Alle haben so gesagt, nein, machen die nicht, CM Punk kommt dann nicht nach Deutschland. Doch, CM Punk kommt nach Deutschland, wir kriegen sogar eine Stipulation, geil wird das. Und das wird nicht so, manchmal ist das so, das wird ein Vier-Ecken-Strap-Match, wo man so einmal die Vier-Ecken dranhauen muss. Das sind eigentlich die blöderen Strap-Matches, aber das macht nichts, trotzdem geil wird das. Ja, also wir haben ja die ganze Zeit im Vorfeld gesagt, boah, er wartet nichts in Berlin, das wird B-Pay-Per-View, C-Pay-Per-View, PLI, wie auch immer. Das wird nichts, er wartet da nicht, dass die Stars kommen. Und jetzt haben wir einen CM Punk gegen den Drew McIntyre in einem Strap-Match auf der Kart. Also das ist schon, das ist schon richtig geil, da habe ich mich sehr gefreut, als er das angekündigt hat und einen Punk zu sehen in Deutschland. Also da könnt ihr euch richtig drauf freuen, weil das wird einer der wenigen Auftritte, die er in Europa halt so macht. Der war jetzt in Cardiff, ach in Cardiff sag ich schon, in Schottland war er halt, ist er halt reingerannt, in Frankreich war gar nichts und wir bekommen ein ganzes Match. Also das muss man schon sagen, ist richtig geil. Da hat die WWE was in Berlin vor. Das ist eine mega große Nummer, also wirklich, also damit werden jetzt noch die letzten Tickets verkauft, da bin ich sicher. Also selbst wenn die jetzt, also vor allem wenn die jetzt noch ein bisschen billiger werden, also sogar der Teacher hat sich mittlerweile ein Ticket besorgt. Da haben wir gehört, Teacher wird auch, aber der ist leider nicht beim Community-Treffen. Das schafft er nicht, aber wir werden ihn vielleicht, wenn ihr ihn in der Halle seht oder so, dann könnt ihr den Teacher auch sehen. Aber es ist geil, also es ist hier im Punk zu sehen und es ist ja nicht nur jetzt generell so in Europa, sondern einfach, der Mann wird ja auch nicht mehr jünger. Wie oft wird er noch in Deutschland oder Umgebung sein? Vielleicht ist es die einzige Chance, hier im Punk einmal live zu sehen in Mitteleuropa im Match. Also insofern, größer geht es auch gar nicht. Ich freue mich, er sagt noch, Drew McIntyre wird einen Namen davon tragen, ja. Jetzt kommt Drew McIntyre raus. Hast du angefangen zu trinken, mein Freund, als ob ich akzeptiere? Natürlich akzeptiere ich, Match ist fix. Komm, lass doch jetzt schon mal einen Teaser machen, aber bitte tu den Gürtel weg. Naja, nee, machen wir jetzt so, sagt CM Punk, ich gebe dir den Gürtel, du gibst mir das Armband. Nee, da vertraut er Drew McIntyre nicht. Nee, ja gut, dann nicht. Da haben wir wieder den Inhalt gehabt, also es ist inhaltlich nichts passiert, aber die News ist groß genug, das ist doch was. Ja, die News ist auf jeden Fall groß genug. Das ist, also muss ich ehrlich sagen, neben Gunther und Randy Orton ist es so mein Match, auf das ich mich am meisten freue, CM Punk nochmal zu sehen. Ich habe ihn letztes Jahr am Wembley gesehen, das Match war schon cool und ich glaube jetzt in einem Strap-Match in Berlin, das wird der Hammer. Also da können wir uns drauf freuen und wie du sagst, also wenn ich jetzt noch kein Ticket hätte für den Bash, ich würde mir spätestens jetzt eins holen. Vor allem verstehe ich jetzt auch langsam, was es mit diesem scheiß Armband auf sich hat. Ich habe es kritisiert beim SummerSlam, langsam verstehe ich es, okay, es sind die Fans, die die ganzen Meter auf sich nehmen, die ihm so viel bedeuten und deswegen bedeutet ihm das Armband so viel. Ja, nehme ich, also ich bin gespannt. Ich glaube, das wird immer noch nur so die Zwischenstufe zum Finale, aber nichtsdestotrotz, das einmal live zu sehen, großartig, habe ich richtig Bock drauf. Ja, ich auch auf alle Fälle, ja, da steht der AJ drauf und Larry, Larry der Hund, der auch da ist. Ich würde gerne einfach Larry streichen, vielleicht mit CM Punk so ein Stück Kuchen essen. Klar, let's go. Vielleicht sollten wir den mal schreiben, spotfight.de slash Berlin, dann kann der CM Punk da auch vorbeischneiden, wenn er will, also. Ja, klar. Warum nicht? Dann wird das schon gut werden, glaube ich. Ich glaube auch. Das war es hier am Punk, ich mache jetzt weiter, weil es ist meine Aufgabe. Habe ich eigentlich gerade schon gesagt, dass Damien Priest und Larry Rively was gesagt haben? Ich glaube, das habe ich vergessen, ne? Ja, die haben auf alle Fälle irgendwas gesagt und Liv und Dom, die antworten jetzt, als ob ihr gewinnen würdet in Berlin. Und jetzt kommt der Dominik und der Challenge jetzt, Damien Priest zu einem Einzelmatch. Einfach so sagt er, komm, lass doch heute in den Ring gehen, wir machen ein Einzelmatch, mein Freund. Und das ist aber, das ist aber eine Idee, ne? Das hat mir der Dominik vor. Ja, keine Ahnung, mit dem ist irgendwas durchgegangen. Also so einen Mut, neben Damien Priest zu gehen, okay, habe ich mir gedacht, ja, warum denn nicht? Aber klar, der Dominik, der ist schlau, der hat da bestimmt irgendwas geplant. Aber darüber reden wir dann gleich, sobald das Match ansteht. 600 Petschins, ne? Sind nicht mehr viele und du machst eine Fukuhila. Dann siehst du genauso aus wie der Domdom. Exakt. Ich würde, ich ziehe das durch, ne? Bis der Fukuhila da ist, wie beim Domdom. Definitiv. So. Jetzt können wir ein bisschen spielen. Wir haben ja schon gesagt, wenn SmackDown wirklich langweilig wird in Berlin, dann werden wir kniffeln. Aber jetzt spielen wir unser wichtigstes Spiel, habe ich ein Grammy oder mache ich Sport? Denn folgende Person ist jetzt im Publikum. Roberto Luongo. Kurz Moment, jetzt können die Leute ein bisschen mitraten, für sich überlegen. Roberto Luongo, werher kenne ich den? Habe ich ein Grammy oder mache ich Sport? Chris, weißt du es? Er hat natürlich einen Grammy. Nein, nein, nein. Das ist eine NHL-Legende. Dessen Ticko hängt unter der Decke. Die haben doch gerade gewonnen, habe ich dir doch gesagt. Diesen Stan Henson Cup oder wie der heißt. Ja, also wer jetzt gesagt hat, Sport, der kriegt einen Punkt. Könnt ihr euch aufschreiben. Wir zählen die Punkte. Am Ende der Saison bekommt ihr etwas. Weiß ich noch nicht. Punkte zählen, ja. Das erinnert mich zu sehr an dieses blöde Sommerquiz letztes Jahr, wo ich ja im Finale gescheitert bin. Der Schmerz sitzt noch tief, Marcel. Ja, ja. Da bin ich mal gespannt. Sommerquiz, ne? Wir haben ja Sommer. Wäre eigentlich mal wieder Zeit für ein Quiz, aber... Es gibt huge Announcements. Also huge Announcements gibt es auf alle Fälle. Hat auch Bewandtnis mit Berlin. Freut euch drauf. Kauft euch Tickets. Aber jetzt. Wir können uns nicht länger hinaus zögern. Lass uns über Karen Cross reden. Du warst so froh, ihn weg zu sein, ne? Da ist er wieder. Ja, jetzt ist er wieder da. Da ist er wieder da. Hast du dich gefreut? Ist das noch der alte? Nein, überhaupt nicht. Schon beim Entrance, also da wollte ich schon wieder weggehen. Aber ist okay. Wir müssen darüber reden. Und deswegen habe ich es mir angeschaut. Aber gefreut habe ich mich nicht. Ja, gar kein Bart mehr. Der sieht jetzt ein bisschen netter aus, ne? Ja. Kennst du eigentlich die Bushaltestelle, an der die Paul Edring abgeholt haben? Paul Edring, der läuft allerdings einfach nur noch rum. Der, der saß an der Bushaltestelle, wollte einfach nur nach Hause fahren. Haben die dir mitgenommen? Der will wieder zur Bushaltestelle, ne? Der wirkt wirklich wie so ein verwirrter alter Mann, der einfach nur rumläuft. Ich weiß nicht, was er macht. Ich gucke ja auch jede Woche Raw. Der spricht nicht. Der macht gar nichts. Der läuft da einfach nur rum. Vielleicht sucht er die nächste Bushaltestelle, um vom Cross-Up zu hauen. Aber er hat sie bisher noch nicht gefunden. Also, es wird auch heute nicht groß um Paul Edring gehen, sondern Final Testament gegen New Day und Odyssey Jones zusammen. Geil. Karen Cross will den Kingston haben und nicht den Woods. Das ist die Story. Wir haben eine Story, ne? Der Kofi wird dann zerlegt. Odyssey Jones räumt auf und gewinnt. Und Paul Edring dann so voll wütend. Er sagt, no, no, no. Er hat was gesagt. Ja, das war's. Glückwunsch. Also, New Day, ist das jetzt vorbei? Boah, ich hoffe. Also, die Story hat sich echt ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Aber ich glaube nicht, dass es vorbei ist, weil der Woods immer noch am Hadern ist, ob er dem Odyssey Jones traut oder nicht. Und da wird Cross weiterhin versuchen, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Von daher, Marcel, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, du wirst auch noch die nächsten Wochen über einen Karrion Cross sprechen müssen. Ja. Ja, wobei man die heute schon gut begraben hat, hatte ich so das Gefühl. Jetzt wollen wir auch. Das war so ein einfacher Sieg. Da war ja keine Mühe drin. Der Odyssey Jones kommt rein, macht drei, vier Moves und das Ding ist durch. Also, mit denen kannst du auch wirklich nichts mehr anfangen. Und jeder, der die verteidigt hat, als AOP reinkam und gesagt hat, ja, gib dem noch eine Chance. Das Ding ist vorbei. Also, es tut mir leid. Nichts gegen den Menschen hinter Karrion Cross. Es funktioniert nicht. Wir haben es bei SmackDown schon gesagt. Ich sage es jetzt auch hier bei Raw. Es funktioniert nicht. Springt den irgendwo anders hin, aber halt nicht mehr in eine WWE-Mainshow. Es funktioniert einfach nicht. Ach, Chris, jetzt sei doch nicht so gemein. Wenn du weg bist, wird die Show auch wieder gut. Und ich freue mich auf Karrion Cross nächste Woche. Wird der Cross dann auch wieder gut, Marcel? Naja, das glaube ich nicht. Ich habe ja vor drei Wochen erst mal gelernt, dass AOP und Riza gar nicht aus den gleichen Ländern kommen. Ich habe das halt hier erzählt. Ich habe jetzt schon wieder vergessen. Einer irgendwas. Indien oder so. Der andere Albanien. Kannst du die auseinanderhalten, AOP und Riza? Wenn ich die sehe, kann ich die, glaube ich, auseinanderhalten, ja. Das glaube ich dir nicht. Wir spielen das Spiel beim Sommerquiz. Mache ich dann eine Runde nur, hallo, hier, bin ich AOP oder bin ich Riza? Wenn es dann nochmal ein Skript ist, wissen wir ja noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt. Nun ja. Show geht weiter. Damien Priest und Rhea Ripley sind jetzt raus aus dem Clip, den ich gerade nicht erzählt habe, sondern rein jetzt in den Wechsatch-Bereich. Das ist doch eine Falle mit Dom. Ja, wissen wir. Wir werden nicht aufhören, bis Judgment Day sein Judgment bekommen hat. Deswegen, Damien Priest macht das jetzt. Er geht alleine hin in einem alleine Match gegen Dominic Mysterio, wo gar keiner am Ring sein wird. Damien Priest lässt sich drauf ein. Damien Priest ist übrigens heute meine Dumpfbacke des Tages, sage ich jetzt schon. Ja. Da kann ich, glaube ich, mitgehen. Also, dass der da nicht checkt, dass da was im Argen ist. Ja, gut, Damien, dann bist du halt nicht der Schloss. Und generell, wir waren sehr hoch, was ihn angeht, beim Summerslam. Wir haben ihn gelobt. Ich finde, seitdem stinkt er so ein bisschen ab und kühlt immer mehr ab. Ich hoffe, dass der Winter wieder ein bisschen hoch geht, weil Priest eigentlich schon ein geiler Typ ist. Ja. Also, die Terror-Twins, so heißen sie ja, ne? Findest du geil? Ja, mega, wenn der mit Drea Ripley da im Ring steht. Die brauchen halt jetzt ein Mix-Gürtel oder irgendwas und ein Inter-Gender-Ding. Da würde ich nicht sagen, dass er abgekühlt ist. Also, abgekühlt ist anders, ne? Er war heute... Ey, schreibt das in die Kommentare. Oh ja, Interaktion. Schreibt in die Kommentare, David Priest abgekühlt, ja oder nein? Chris Fokuhila, ja oder nein? Pferdischen, dissen? Pferdischen wäre auch lustig. Einmal so ein Spülwasser werfen. Ja, aber bei Pferd ist die Antwort ja oder ja. Das ist wichtiger. Absolut. Pferd, warum warst du schon wieder im Hauptkampf? Meine Fresse. Nein, aber um das noch zu Ende zu sagen. Er war heute dumm, ja. Aber er ist ja auch so ein bisschen sehenden Auges reingegangen. Aber er ist definitiv nicht abgekühlt. Das sage ich nicht so. Jetzt aber. Nächste Runde, Chris. Komm, wir spielen noch eine. Eine Runde machen wir noch. Habe ich einen Grammy oder mache ich Sport? Achtung. Robbie Lawler. Robbie Lawler macht Sport. Ehemaliger UFC-Lightweight-Champion. Ja, Welterweight. Hast du falsch abgelesen. Verdammt. Also, wenn ihr gesagt habt, ich mache Sport, schreibt euch einen Punkt auf. Wir werden am Ende der Saison alles auswerten. Jetzt haben wir ein Match. Bronson Reed gegen The Miss. Warum? Weil Atchus letzte Woche sechs Tsunamis geschluckt hat. Also Atchus ist komplett platt. Die machen jetzt gerade so einen Schablettenkehrs aus dem. Deswegen ist der nicht in der Show. Nodicu hat The Miss anberaumt. Aber der denkt, dann hat der bessere Chancen. Wir stehen Gorilla. Da sagt jetzt Adam Pearce zu Miss, willst du das wirklich? Bisschen blöd, ne? Eigentlich wollte ich ja den Bronson Reed suspendieren. Der Miss ist auch nicht sicher, ob das jetzt schlau ist. Aber sein Freund ist im Krankenhaus und er muss ihn rächen. Geht gar nicht anders, ne? Match jetzt. Jetzt holt der Miss einen Stuhl raus. Der wird aber einfach so weggeschlagen, ne? Das geht auch eigentlich ganz gut für Bronson Reed. Aber dann das große Kryptonit jedes großen Rester. Wir kennen das. Der Regenpfosten. Boom, davor. Ja, deswegen Miss packt jetzt die Waffen aus. Alles Kendo-Sticks, natürlich. Jetzt wird wieder trainiert. Mülltonnen. Ein Tisch. Aber Greed ist dann auch irgendwann doch gnadenlos, ne? Also der tut nur so, als wenn der Miss so ein bisschen Chancen hat. Michael Cole jetzt mit dem Call der Nacht. Ich finde das immer gut. Denn er sagt, man könnte ja den Bronson Reed suspendieren. Wäre ja absolut rechtmäßig. Aber die Leute wollen ihn sehen. Er ist eine Attraktion. Und deswegen ist Adam Pearce so ein bisschen zwiegespalt. Weil er ihn weiter in den Schoß halten will. The Miss hat dann sogar kurz Chancen. Fliegt dann aber durch den Tisch durch. Ende aus. Tsunami. Boom, boom, boom. Jetzt soll ein weiterer Tsunami kommen. Aber es kommen keine sechs. Es kommt gar keiner. Es kommt nur einer. Es ist Braun Strowman. Braun! Das ist die logische Fortsetzung. Das war das Ende von Reed gegen The Miss. Das war ziemlich random. Aber ich mochte das Match. Das hat eine gute Abwechslung in die Show gebracht. Hatte ja auch eine Story. Ich meine, irgendwie hat ja alles eine Story. Es ist weniger random, als was meckte. Und deswegen möchte ich gar nicht so negativ sein. Ja, war okay, ne? Der hat den halt vermöbelt. Es gab eine Mülltonne. Es gab Tische. Das lieben die Leute. Und der Death Valley Driver durch den Tisch in der Ecke. Das sah schon cool aus. Jetzt gewinnt er. Und jetzt geht's halt weiter mit Braun Strowman. Das war wirklich ein bisschen ... Das kam aus dem Nichts. Aber ist eigentlich logisch. Weil wer soll den guten Mann sonst stoppen? Du brauchst halt so einen heftigen Typen. Und da gibt's halt aktuell nur Odyssey Jones oder Braun Strowman. Hast du sonst noch einen auf der Liste, Marcel? Mich. Ich werde hinkommen mit dem Draufsetzer als Finisher. Nee, ich muss dich also ... Du bist ja bei SmackDown, ne? Du bist ja nicht bei Raw. Das hab ich ja schon mehrfach. Das hat ja natürlich großen Hintergrund, ne? Also erst mal ein Match selber war amüsant, war gut, war toll. The Miz wird auch nicht irgendwie verjobbt oder so oder als Vollidiot dargestellt, wie der Damien Priest heute. Weiß ich auch nicht. Aber The Miz ist halt so ein tapferer, der jetzt kämpft. Ich hätte ja eigentlich gedacht, das geht dahin, dass The Miz dann gegen Atrus turnen, ne? Kann ja noch kommen. Aber das war jetzt erst mal okay. Braun Strowman Reed wird einfach dauerhaft gepusht, indem er einfach zehn Leute zerstört und Tsunamis verteilt und so. Ist jetzt nichts Großes. Aber aus der Tagessuppe von Virgil ist der, glaube ich, mittlerweile raus. Und jetzt zu Braun Strowman. Was hat der Virgin hier gesagt? Das bringt mir nichts. Warum machen die das, diese ganzen Backstage-Sachen? Braun Strowman hat doch früher immer mit DIY rumgestanden, hat mit Awesome Truth rumgestanden. Die verstehen sich Backstage. Das wurde immer wieder so ein bisschen gehintet. Und jetzt hat er den verteidigt. Und jetzt ist natürlich Braun Strowman gegen Braun Strowman schon eine große Nummer. Das ist wieder so ein Ding, wo sie den Ring verstärken müssen oder so. Also das hat mir schon gefallen, ehrlich gesagt. Also ist der Braun Strowman jetzt so ein bisschen der Bespaßer der Nation bei der WWE und läuft Backstage rum und erzählt ein paar Witze. Ah, okay. Der ist ja zwei Wochen lang hinter JD McDonough hergelaufen und so durch die ganzen Hallen. Und jetzt ist er wieder da. Jetzt hat er wieder nach Hause gefunden. Und jetzt Braun Strowman Reed. Ja, da macht das natürlich Sinn. Dann ist das großartig. Aber so sehr will ich es auch gar nicht kritisieren, weil es ist immerhin noch so ein Platz auf der Card, der halt irgendwo bei Raw stattfindet. Das finde ich ja wirklich nicht schlecht. Und die beiden gegeneinander, das wird halt, wer auf Fleisch steht, wer wird hier einen fleischigen Catch bekommen. Von daher ist es mal eine Facette, die du bei der WWE nicht so oft siehst. Von daher nehme ich das gerne und bin gespannt, wie es ausgeht. Weil beide für mich in so einem Statesend, wo sie eigentlich nicht verlieren dürfen. Der Strowman, der hat die letzte Zeit sah nicht so gut aus, hat nicht so viel gecatcht. Der Bronson, der ist halt jetzt der Zerstörer bei Raw. Ja, mal gucken. Aber spannend ist es, ich finde es gar nicht so verkehrt. Und die beiden mal gegeneinander, warum denn nicht? Vielleicht kracht der Ring ja auch wieder ein. Haben wir ja schon ein paar Jahre nicht gesehen. Ja, eben wird immer wieder Zeit. Aber dafür ist es nicht groß genug. Aber ich würde es anders sagen. Also nicht, wo beide nicht verlieren können, sondern wo es eigentlich gut wäre, wenn einer von beiden verliert. Also entweder Bronson Reed gewinnt und der Push geht weiter. Und Bronson Reed geht willig in Richtung Title oder Manivend oder was auch immer. Oder Braun Strowman gewinnt und hat damit dann jetzt den Moment um endlich wieder loszulegen. Also Braun Strowman ist ja überhaupt nicht angekommen seit seinem Comeback. Der hat ja jetzt keine Rolle, außer eben mit dem Missreden und mit DIY reden und sowas. Deswegen, das ist eigentlich ein Match, wo eigentlich einer von beiden gewinnen sollte. So rum. Und der andere, dem schadet es dann aber auch nicht. Es ist halt immer das Klassische, wenn ein Monster verliert, dann wird es wieder aufgebaut mit ein paar Jobbers und dann ist es auch wieder in Ordnung. Ja, das ist okay. Du bist nur neidisch, weil du wieder zu Smackdown musst am Freitag, Samstag. Ja, ich bin diese Woche leider nicht bei Smackdown. Es tut mir leid, diese Woche pack ich es nicht. Ihr wisst, ja, all in, es ist doch all in. Ich bin auf einer anderen Insel. Ja, deswegen. Ich bin weit weg. Ich kriege es leider nicht hin. Das ist also, darf ich das sagen? Es ist ja AEW, dann ist es ja die irrelevanten Insel. Naja, wir werden Smackdown wann anders mit wem anders machen. Ich werde da sein und ich weiß auch noch nicht mit wem. Wahrscheinlich sollte ich es wissen zu diesem Zeitpunkt, aber ich habe es wieder vergessen. Gratulation an Seamus jetzt, ne, von der Interviewung. Ich glaube, es war Jackie Redmond und oder nicht. Die Hand ist leider mega kaputt jetzt. Was soll's, ne? Ludwig Kaiser kommt zum Seamus. Warum redet ihr nicht über mich? Denn ich bin heute euer Main Event. Hat er recht. Wenn ich mit Randy Orton fertig bin, dann geht es mit uns weiter, Seamus. Klar, Seamus ist das, naja, ist nicht so egal. Der geht jetzt erstmal einen Saufen. Dann hat er gedacht, er trieb sich jetzt erstmal ein und dann sehen wir weiter. Der arme Seamus. Ja, es wieder, also wir haben hier wirklich einiges, was einfach nur bei Raw stattfindet, was gar nicht auf den PLI kommt, sondern was einfach so zwischendurch mal bei Raw stattfindet. Ist nicht verkehrt, aber so langsam häuft sich das halt. Ich meine, wir haben jetzt die Wilds, wir haben jetzt hier Bronson gegen Braun. Jetzt haben wir das auch noch für die Raw mit Card. Da geht's auf jeden Fall ab. Also langweilig ist es da nicht. Und die Shows haben ja irgendwie eine Struktur. Das würde ich mir beim Blauen Brand auch ab und zu mal wünschen. Von daher kann ich das nicht kritisieren, aber es ist jetzt auch nicht das Spannendste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ja, es sind noch ein paar weniger Mexikaner. Vielleicht fehlen die dir. Das kann schon sein, aber wir sehen ja gleich noch zwei. Es wird gut. Es kommt noch, also keine Angst. Es kommen noch die Mexikaner, aber Chris ist das ganz anders gewohnt. Und wo ist Apollo Cruz? From Breaker, den habe ich jetzt für dich. Wir machen ein Interview. Glückwunsch zur Titelverteidigung. Was kommt jetzt? Ein Turnier nächste Woche. Und damit zerstören wir alle Hoffnungen. Ich habe gehofft, Ilja gegen Braun Breaker. Das wäre ein Match für Berlin gewesen. Nee. Nächste Woche Adam Pearce, der will den Braun Breaker klein halten. Das sagt er uns. Der Arme, der dieses Turnier gewinnt, wird durch den Boden weggespiert werden. Zum Turnier selber haben sie noch nichts gesagt. Aber einfach Turnier. Wir machen es uns wieder einfach. Da werden dann wahrscheinlich wieder acht Leute sein. Ja. Und einer verliert dann gegen Braun Breaker. Das ist SmackDown. Das ist wirklich SmackDown. Das ist SmackDown, ne? Das ist genau das, was wir alle drei Wochen besprechen. Weil bei SmackDown alle drei Wochen ein neues Turnier entsteht. Ja, there you go. Ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Auch hier, wenn man das ein bisschen vorher gemacht hätte, vielleicht das Finale davon in Berlin hätten wir machen können. Ich glaube, so baust du aber Bad Blood auf. Und da dürfen wir nicht vergessen, das steht im Oktober auch an. Von daher, auch nicht verkehrt. Nehmen wir auch. Ist aber, wie gesagt, auch schon wieder nicht das Spannendste, was ich jemals gesehen habe. Von daher, ist okay. Ja, wir müssen nur meckern wieder, ne? Es ist voll spannend alles. Ich meckere nicht. Ich sage doch, dass es okay ist. Es ist wirklich, es ist gut. Es ist gut. Lass mal gucken, ob Damien Priest auch so gut ist. Liv Mong, ne? Nee, Rhea Ripley. Nee. Ich habe es mir falsch, guck mal, weil ich mir falsch aufgeschrieben habe. Ich habe jetzt, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe es geschrieben, Damien Priest und Liv Mong sind im Gang kurzer Schmatzer. Als ob. Als ob. Nee, nee. Das war schon der Dom. Also die knutschen sich und dann soll es alleine jetzt für den Dom gegen Damien Priest gehen. Jetzt kommt der rein, der Dom. Die Glocke wimmelt dreimal, ne? Das Match wird auch announced. Der Dom kommt rein, der Priest kommt rein. Ich dachte, das ist ein Match, was soll denn das? Nein, 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 nein. Jetzt kommt die Attacke. Jetzt ist natürlich Damien Priest dumm. Carlito kommt, Finn Balak kommt, JD McDonald. Sie sind alle da. Carlito strengt sich besonders an, das ist klar. Damien Priest fertigt sie erstmal alle ab, ne? Und dann grinst er den Dom an, weil er ihn jetzt doch kriegt. Die Rhea Ripley kommt sogar von hinten. Zack, bam, Riptide durchs Pult. Soll es geben, aber Liv Mong verhindert das. Sie ist der Game Changer. Jetzt haben die Bösen die Oberhand, fünf gegen zwei. Jetzt ist der Priest so gefesselt, so am Seil. Du musst zugucken, wie Rhea Ripley von Liv Mong hin und her geworfen wird. Es gibt ein Kude Gras an Damien Priest, ne? Es gibt ein Oblivion an Rhea Ripley. Es gibt den Dom Dom, der macht einen Frog Splash, ja? Diese Runde geht ganz eindeutig an Judgment der Carlito Edition. Das ist ärgerlich. Backstage feiern die auch so ein bisschen. Das war nur ein kleiner Vorgeschmack. Rhea Ripley wird zu Hündin werden. Ne, das lief nicht gut. Das hätte ich mir, da hätte es mal sehen können, wie das Volk abgeht, wenn dieser Riptide mal durchgeht. Oder wenn da der South of Heaven mal durchgeht. Das wäre ein Moment. Aber so ist es halt ein bisschen traurig gewesen. Ja, aber Marcel, man muss sich doch für Berlin noch was in der Hinterhand halten. Das wird in Berlin passieren. Ich sage es dir, wir sehen den Riptide und die Halle wird explodieren. Das wird ein großer Moment an einer größeren Stage und von daher habe ich das bei dieser Rogga nicht gebraucht. Der Rest war halt ein Beatdown, war ganz cool, hat mir gefallen, dass der Judgment, der auch mal wieder stark dargestellt wird, weil Priest und Rhea, die sind ja so ein bisschen untouchable. Beide World Champions gewesen, beide auch am gleichen Abend den World Title verloren, muss man dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, cool, guter Aufbau. Ich freue mich auf Berlin, ich freue mich auf das Match und ich freue mich vor allem natürlich auf den Mann, dessen Frisur ich gerne hätte. Dominik Mysterio. Dom, ey, das wird so gut aussehen bei dir. Weil jetzt würde ich sagen, dein Schnäuzer ist besser, aber insgesamt der Look ist von Domdom besser. Aber wenn du auch einen Fukuhila hast, könnte ich mir vorstellen. Ah, doch. Ja, dann macht mal ganz schnell Patreon 600 und dann gehen wir steile Schritte in Richtung Dominik Mysterio's Haare. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich muss dich noch korrigieren, das ist meine Aufgabe, ich bin ja klugscheißer. Rhea Ripley hat nicht ihren Gürtel verloren, aber sie hat das Match um den Gürtel verloren. Aber es ist ja egal. Ach so, ja. Du hast recht. Weil ich weiß, dass die Leute da sitzen und sagen, boah, der meldt sich, was labert der wieder? Der ist doch nur neidisch auf Raw, weil Raw sonst immer so geil ist und heute nur so okay. Wir gehen weiter, denn jetzt haben wir Titel-Action, mein Freund. Jetzt hast du dich gefreut. Das hätte auch bei SmackDown stattfinden können. Wir haben die Ex-Hexen. Ja, sind ja keine Hexen mehr. Das sind unsere Champions. Jetzt haben wir Damage-Küttel, die sind drin. Vielleicht kannst du mir das ja sagen, Chris. Der Virgil weiß es nicht und ich weiß es auch nicht. Ich frage dich jetzt mal ganz offen, mit Bitte um eine sehr lange Antwort. Wer oder was ist eigentlich Kairi Sade? Eine japanische Wrestlerin, die einfach da ist, weil es ein japanisches Stable ist. Das ist doch wie die Mexikaner. Wer oder was ist ein Dragon Lee? Der ist einfach da und wir akzeptieren es. Wir nehmen es einfach hin. Es ist genau das Gleiche. Wer oder was ist ein Joaquin Wilde? Wenn er fehlt, fehlt er dir nicht. Wenn er da ist, dann stört er dich nicht. Die Person ist einfach da und das ist eine Kairi Sade. Eine gute Wrestlerin, von der wir nicht viel sehen und die mir nicht wirklich verklickt hat, warum sie da ist. Aber sie ist da und wir finden es toll. Das ist gut. Das ist eine gute Antwort, will ich. Steht im Wörterbuch auch. Kairi Sade, das ist die, die da ist und nicht stört. Weil die macht immer so Gemassen. Sie spielt so ein bisschen rum an sich selber und an allen anderen und sie grinst und sie sagt was auf Japan und sie sagt was auf England und keiner weiß, wer Kairi Sade ist. Jetzt haben wir es geklärt. Gut, dass der Chris da ist. Hashtag Mehrwert. Und die Dritten im Bunde, das ist diese, naja, den Namen nennen wir nicht. Die Dangerous Devil Group. Ja, also die Bösen halt. Jetzt ist das so ein Match. Triple Threat ist ja immer anders, deswegen muss ich das dazu sagen. Das ist eins dieser Matches, wo immer nur zwei im Ring stehen und man sich gegenseitig eintacken muss. Das ist manchmal auch besser. Aber das ist immer das Blöde. Spielt auch keine Rolle, weil die eh die ganze Zeit gleich im Ring. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob in der Halle alle wissen, wer hier zu wem gehört. Ich weiß es nicht. Da waren sechs Frauen, die sind irgendwie, ich weiß es nicht. Isla Dawn taggt sich heimlich ein, das habe ich mitgekriegt. Titelverteidigung. Die Gürtel bleiben da, wo sie sind. Das war schön willkommen bei SmackDown, Chris. Ja, so hat es sich angefühlt. Ich erinnere mich ja noch in dieses schöne Halloween-Match, wo dann, ich glaube, Elberfeier oder so aus dem Sack gekrochen ist. Das war ganz schön. Also großes Kino. Das habe ich heute ein bisschen vermisst. Deswegen war es einfach toll, die Hexen wiederzusehen. Großartig. Ja, das Match selber. Man konnte die unterscheiden, weil die Frauen es schlau gemacht haben und alle unterschiedliche Fahrmann hatten. Blau war zu blau und schwarz war zu schwarz und die Hexen, die waren so ein bisschen wund und das war dann auch zusammen. Ja, vielleicht hast du auch recht. Ich konnte das auch nur unterscheiden, weil wir den Bums halt schon sehr lange schauen. Aber ja, keine Ahnung. Also warum dieses Match auf der Rock hat es und warum der Titel noch nicht längst eingestampft ist, ich verstehe es nicht. Der Titel funktioniert nicht. Die Frauentech-Division ist sowas von tot und die wird auch nicht mehr wiederbelebt werden. Diskutieren wir doch nicht nochmal. Aber ich könnte dich fragen, die Damage-Kettrill, hast du, also was sind so Anhaltspunkte, um zu spüren, dass das jetzt Babyfaces sind, was sie offiziell sind? Hast du irgendwas gemerkt? Nee, ich hab's gar nicht gecheckt. Die kommen da raus, auf einmal werden sie bejubelt und machen Facework. Ich hab's gar nicht verstanden. Haben die nicht vor... Keiner versteht das, sind die jetzt einfach. Haben die nicht vor drei, vier Monaten noch Bayley hinterrücks attackiert, aus der Gruppe geschmissen und die behandelt wie Scheiße und auf einmal sind sie Guten und werden bejubelt? Ja, ja, ja. Keine Ahnung. Hab ich mir auch gedacht. Für mich sind die halt, die sind nicht Face, nicht Heal, die sind halt einfach da. Also, keine Ahnung. Das Gute ist jetzt, die Gürtel können jetzt wieder zu SmackDown wandern. Dann kannst du dann wieder drüber reden, wie die da verteidigen. Weil jetzt müssen wir ja Damage-Kittrück gegen die Daniel-Devil-Gruppe machen in allen Variationen. Ja. Ja, ganz toll. Da freuen wir uns drauf. Ja, du hast es ja gut. Du kannst dem Scheiß ja eh nicht hinkommen. Du musst bei Raw oder SmackDown drüber reden. Ich bin auch bei All-In. Ich mach alles, was soll's. Ich bin... Aber... Die Nutte von Sport5 wollte ich sagen, hab ich aber nicht gesagt. Nein, hab ich nicht gesagt. Aber Marcel, also, bei dem, was aktuell bei SmackDown abgeht, wäre das gar nicht so schlecht, wenn die Taktiles wieder da werden. Also, dann haben wir wenigstens ein bisschen Inhalt. Ja, ja. Ja, ja. Gegen Candice LeRae und so weiter. Na ja, ach, das wird schön. Das wird gut werden. Wenn jemand statt mir podcasten will, weißt du, weck doch nicht. Ich bin absolut offen für alles. Samstagmorgen, schöner Termin. Da freuen sich immer alle, wenn sie aufnehmen können. Haben richtig Bock. Naja. Ich hab jetzt was Deutsches für dich. Denn Gunther und Lucky, die sind jetzt im Lockerrum und die sprechen auch auf Deutsch. Aber Michael Cole spricht da einfach eiskalt drüber, die alte Sau. Ich hab nur die Hälfte verstanden, aber was ich verstanden habe, ist auf Deutsch, sagt der Gunther. Das hab ich dir damals schon erzählt. Eines Tages haust du den weg. Heute ist die Zeit für dich. Das war gut. Und dann Randy Orton, der dreht sich noch schnell so ein Tape rein. Zack, um die Hand. Denn gleich ist Main Event. Das war so der Auftakt. Ja, cool. War ein cooles Segment. Also, ich find's ja immer gut, wenn die Jungs Deutsch reden. Und von daher war cool, das vor dem Match zu sehen. Und deswegen war ich schön heiß auf den Main Event, weil Ludwig, unser Lucky im Main Event. Geil. Ja, wir reden hier über Inhalt, Chris. Das weißt du ja mittlerweile. Wenn du jetzt ein Wörterbuch aufsteckst, da steht dann Inhalt. Welcher Wrestler steht dann direkt daneben? Weißt du das zufällig? Welcher Wrestler steht bei Inhalt daneben? Ich hab keine Ahnung, sag's mir. Ich dachte, du hast die Show gesehen. Wer kommt denn jetzt? Ja, Jey Uso. Main Event Jey Uso. Yay, Yeet. Also, wenn einer für Inhalt steht, dann ja wohl Jey Uso. Jey Uso bekommt ein Interview, Yeet hittet ein bisschen rum und sagt, Sammy ist heute nicht da, deswegen bin ich im Run Breaker Turnier. Also, Jey Uso, der macht nichts außer Yeet und zwischendurch mal sagen, ja, da mach ich auch mit. Das ist im Moment sein Gimmick, Chris. Hast du dich gefreut über Jey Uso? Also, wie krass man den gegen die Wand gefahren hat, ne? Der ist da rübergekommen. Ich bin Main Event Jey Uso. Gar nix bist du. Undercut Jey Uso, weg. Jetzt will er da irgendwie Tag Team Wrestling und so. Ich weiß ja nicht. Also, Jey Uso gibt mir aktuell wirklich gar nix. Leider. Ja, aber das Traurige ist ja, das kommt ja trotzdem geil an. Die Leute lieben das. Die yeeten mit. Jey Uso ist einer der Most Over Leute überhaupt. Aber er macht halt gar nix. Außer zu sagen, ich mach da mit. Und jetzt ist er im Run Breaker Turnier. Kann ja sein, dass er gewinnt. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Ja, ist ja auch ein geiler Wrestler. Ich mag den Jey. Aber, also, dir wird ja nix erzählt, was ihn irgendwie heiß macht oder so. Vom Typen her ist er cool. Aber im Produkt ist er halt einfach nicht geil, weil er keine Story und nix hat. Ich weiß nicht, warum der nur abjütet und sich Main Event nennt. Obwohl er, also, der ist ja so weit vom Main Event entfernt wie, keine Ahnung, Odyssey Jones. Das funktioniert halt aktuell einfach nicht. Ja, aber Odyssey Jones funktioniert. Das funktioniert halt schon. Das ist halt, weil nämlich die Leute, du darfst nicht so geil sein in der WWE, dass du was hast, was richtig geil funktioniert. Karen Cross, äh nicht, L.A. Knight, auch genau das Gleiche. L.A. Knight funktioniert wunderbar. Die Leute kaufen seine T-Shirts und deswegen bleibst du halt genau da, wo du bist, weil die nichts riskieren wollen. Die wollen ja nicht verheizen. Die wollen Jey Uso nicht verheizen. Das funktioniert viel zu gut, als dass die da jetzt irgendwas dran drehen wollen. Das ist es halt. Pech gehabt. Selber Schuld. Ja. Das ist wirklich Pech gehabt. Ja, so. Jetzt müssen wir, oh, Abschied. Jetzt wird es traurig, ne? Keiner gestorben, keine Angst. Aber Michael Cole kündigt jetzt an, dass Pat McAfee zum Football wechselt. Wir sehen einen Highlight-Click, Clip mit den Highlights von Pat McAfee. Der ist jetzt weg. Die sagen nicht, wer ihn ersetzt, aber Pat McAfee ist weg. Was sagst du dazu? Ja, also, ich fand den Pat jetzt nicht immer ganz so toll, deswegen bin ich da gar nicht so traurig drüber. Aber, ähm, ja, der hat ja auch schon gesagt, dass der im Januar nach der Season dann wieder da ist und von daher ist es ja nur auf kurze Zeiten Ersatz. Also, jeder, der ihn vermisst, der wird ihn dann irgendwann wieder hören und von daher Ja, er weiß noch nicht, aber Januar, also mindestens ein halbes Jahr ist er nicht da und ich finde schon, also, Pat McAfee braucht man nicht immer, das stimmt schon, der ist schon sehr überdreht, aber ich finde, er gibt zumindest einen Mehrwert im Vergleich zu einem, der nie irgendwie was erzählt, so ein Byron Sexton oder so, das ist dann so ein bisschen halblustig, aber der hat zumindest was gemacht. Naja, was er dann so im Ring gemacht hat, kann man streiten. Damals diese Geschichte mit Adam Cole bei NXT, als es losging, das fand ich ganz cool und dann hat er auch sein erstes Match gehabt in der WWE, das fand ich auch cool, aber dann hat sich so ein bisschen ausgecoolt, ne? Dann wurde ja immer dieses wackelige Match da im Ring, das erinnere ich mich und dann vor allem diese 20 Endgrances, es wird immer wieder die große Überraschung war, Pat McAfee kommentiert mit und die ganze Halle, yeah, düp, 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 und natürlich der Royal Rumble. Der Royal Rumble Ja, und Vergiss mir nicht das tolle Match gegen Vince McMahon bei WrestleMania 38, großartig. Ja, sowas, wo er da den Football in die kleinen Winzer sagt, ja, nee, und Royal Rumble halt, wo er einfach reingeht und dann vor Omos wieder rausklettert. Das war bei Drew Carey und Kane lustig, das war nicht lustig bei Pat McAfee. Das war manchmal schon wirklich ein Fiebertraum, was er in der WWE gemacht hat, wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, aber man muss schon sagen, am Kommentar auf jeden Fall ein geeigneter Mann und was ich immer cool fand, war, als er dann die Bilder rausgenommen hat und draufgezeichnet hat und gezeigt hat, ja, hier, da hat er dem da in die Eier gehauen und da hat er was im Auge, hier, da ist er fremdgegangen. Das fand ich schon immer ganz lustig, das hat man ja aber auch leider auch gedroppt, von daher für mich nicht der krasseste Verlust. Ich bin eher gespannt, wer ihn dann ersetzen wird. Ja, ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich weiß man das schon, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht Oliver Welke oder so. Wäre ja eine Option. Vielleicht hat er seinen Hut in den Ring geschmissen. Vielleicht auch nicht. Wir werden es hören. Wer weiß, jetzt hören wir Main Event. Chris, ich möchte nicht über Main Event reden und jetzt kommt der Trommelwirbel, denn ich sage mal so, Axel Dieter Jr., mein Namensvetter, ist im Main Event von Monday Night Raw gegen Randy Orton. Ist so. Das lassen wir mal sacken. Denken darüber nach, wo der Mann herkommt und was er sich damit verdient hat und wie groß das ist und was das für ein Milestone ist, ein Meilenstein. Krasse Sache. Absolut. Absolut. Ey, es gab Chance, da habe ich den vor unter 100 Leuten im Ring gesehen und mittlerweile Main Event der Raw gegen Randy Orton. Das ist schon unfassbar und da kann man sich als Deutscher richtig freuen, dass so einer es so weit gebracht hat. Krasse Sache. Ich möchte ein bisschen Logik reinbringen, denn ich habe zwei, also zwei Axiome. Axiom Nummer eins, stimmt es mir zu oder nicht, Randy Orton macht immer das gleiche Match. Ja, natürlich. Greatest Hits, haben wir schon immer gesagt, ja. So, Axiom zwei ist, Ludwig Kaiser kann kein schlechtes Match machen. Ist ja auch sein Gimmick und so. Ja, gehe ich auch mit der European Excellence und so, das kommt schon hin, ja, würde ich sagen. Und daraus folgt jetzt für mich rein logisch die Implikation, dass dieses Match gut werden muss und auch, dass Randy Orton immer gute Matches macht. Das ist eine logische Verknüpfung, finde ich, ne? Oh, ja, doch. Doch, du bist da was heißem auf der Spurmastel. Ich habe gewiesen, dass Randy Orton geile Matches macht. Immer. Ja, wenn wir die Kniffelwürfel niederlegen und uns das Match in Berlin anschauen, dann können wir das nochmal einzeln bewerten, aber ich würde dir da jetzt einfach mal so zustimmen. Ja. Ja, so. Der Luki in diesem Match fängt sich erstmal eine, weil er so arrogant ist. Das kennt ja Randy Orton ja auch noch, ne? Also dieses Jahr Randy Orton in Jung, wenn wir ehrlich sind, ne? Ist auch tatsächlich ein Spiegel. Wenn du dir dieses Match anguckst, die haben ja das gleiche an. Es ist halt leider, vom Volumen her deutlich kleiner, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Also du siehst schon, das ist so wie wenn du bei 2K bist und den einen so ein bisschen aufpumpst. Das ist dann Randy Orton. So ist es halt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Braun Breaker ein bisschen aufpustet beim Luki. Hat er bei der Cora Jade ja auch schon gemacht. Und dann wird der Luki vielleicht ein bisschen, ich weiß es nicht. Bei der Cora Jade, ja, da sind andere Dinge aufgepustet worden, aber schwamm drüber. Ey, ganz ehrlich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist mir aufgefallen. Ich finde, Junior ist gar nicht so der dünnste. Also der hat schon eine stabile Figur. Boah, aber das zeigt, was für ein Vieh Randy Orton ist. Also in dem Vergleich, da sah Orton aus, als ob der einen Luki fressen könnte. Aber der hat so ein Volumen, unfassbar. Und dabei ist ein, ja, Ludwig Kaiser eigentlich auch schon ein ganz schöner Brecher. Also da muss ich sagen, krass, was der Randy Orton ... Ja, dir willst du ja auch nie nachts begegnen in deiner Straße irgendwo, wenn der dir entgegenkommt. Ja, genau das. Und da musst du dir mal vorstellen, was Randy Orton für eine Maschine ist. Also absolut krass. Ja, also das ist halt so. Und dann wirst du halt auch ein Superstar. Macht die WWE eigentlich relativ selten so ähnliche Leute in den Ringen. Weil genau sowas dann eben auffällt. Vor allem mit der gleichen Ringe und alles. Und das ist ja auch, gut, der Luki hat ein bisschen längere Haare, aber letztlich ist das Randy Orton für mich. Das ist gut gemeint. Was ist los, Randy? Fragt der Luki auch. Der dominiert das. Und der Randy Orton, das kennst du gar nicht mehr. Der ist so angestachelt jetzt, dass der einen neuen Move macht. Der hat nicht nur die gleichen Moves, der macht jetzt einen Fallaway-Slam mit dem Luki. Mega investiert in das Match. Randy Orton, wir haben es gesehen. Ja, jetzt kommt der Gunther. Der Gunther lenkt jetzt so ein bisschen ab. Das lässt sich der Luki nicht zweimal sagen. Und der Orton, der kriegt jetzt den Orton-Back-Suplex-Sideslam aufs Pult vom Luki selber. Orton muss aufs Pult. Und jetzt rennt der Luki halb um den Ring rum. Macht der ja immer. Dropkick auf die Treppe. Da liegt der Orton drauf. Das tut ihm weh. Es ist Ludwig Kaiser, der dominiert den Main-Event von Raw. Und Randy Orton wehrt sich, aber Luki bleibt dominant. Jetzt kommt aber die zweite Halbrunde. Du musst immer, Luki, wirklich, du musst immer so ein bisschen kreativ auch sein. Jetzt machst du das Gleiche nochmal. Das hat der Randy Orton gerochen und dafür geht es jetzt für den Ludwig Kaiser viermal aufs Pult. Viermal den Suplex. Das kann dem Gunther nicht gefallen, aber Randy Orton ist jetzt richtig sauer. Viermal. Geht in den Ring rein. Powerslam, Suplex, DDT, AKO, die Greatest Hits. Randy Orton gewinnt. Ja, traurig. Der Gunther stürmt nochmal in den Ring rein. Brawl, Brawl, Brawl. Der wird nicht entschieden. Raw geht raus während des Brawls. Ludwig Kaiser hatte sein Main-Event. Geil, aber gut, Randy Orton gewinnt. War leider klar. Schade. Ja, weggeputzt. Greatest Hits, Vintage Randy Orton und weggeputzt. Ja, ich denke, das war zu erwarten. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der Ludwig Kaiser den eine Woche vor dem Bash in Berlin einfach vermobst, aber war trotzdem ein guter Main-Event. Und alleine den Spot zu bekommen als deutscher Wrestler, der noch nicht so lange im Main-Roster ist, ein Main-Event bei Raw, das ist eine große Nummer. Ich will das nochmal unterzeichnen hier. Das ist wirklich groß und darauf kann man aufbauen. Ich meine, nächste Woche startet so ein IC Championship Tournament. Für mich ist es eigentlich legitim zu sagen, Ludwig, du warst im Main-Event diese Woche, hast knapp verloren, geh doch ins IC Title Tournament und vielleicht haben wir da eine Fede gegen Brawn Breaker. Fände ich nicht verkehrt. Das ist so die Aussichten für den Ludwig. Cooles Stile-Element übrigens am Ende, dass man mit dem Brawl off-air gegangen ist. Die waren sich noch am Fetzen, Raw ist off-air gegangen. Das war ganz cool und ich bin, ich meine, ich war vorher schon heiß auf das Match in Berlin, jetzt bin ich natürlich noch einen Ticken heißer und das wird großartig. Also wer sich da drauf mich freut, dem kann ich auch nicht helfen. Ja, wir blicken natürlich ein bisschen mit der deutschen Brille drauf. Also Match war super, mal Match of the Night, also das ist klar, aber es ist natürlich, es ist das klassische, Roman Reigns hat einen Gegner und erstmal geht es gegen die Usos oder gegen Solo Sikoa, so war es halt. Aber was soll's, das ist ja für uns, wir gucken das ja als Deutscher und es war einfach mega gut. Ich habe mich gefreut und der Brawl dann am Ende, ich kann spoilern, ich habe es gelesen, ich habe mich informiert, der Gunther hat sich in AKO noch gefangen, als die Show zu Ende war. Aber das ist nicht Kanon, das zählt nicht. Das zählt einfach nicht. Also Gunther ist stark, definitiv. Ja, der geht jetzt ins Match gegen Randy Orton, wir sind mega gehypt drauf. Ludwig Kaiser, ja das geht weiter, das Turnier kommt jetzt ein bisschen später halt für Berlin, also die werden es ja nicht in einer, vielleicht wird das in einem Tag Turnier, so ein King of the Ring an einem Tag, kann ja sein und dann ist er doch drauf. Ich glaube eher nicht, das hätte man wahrscheinlich so gesagt. Das geht über zwei, drei Wochen. Was soll's, Ludwig Kaiser wird drin sein, Champions wird drin sein, Ilya, Bronson Reed, so diese Leute. Pete Dunne. Pete Dunne, klar, hau die alle rein. Geil wird das werden. Sind wir am Ende von Raw? Jo. Ich würde sagen, das war schon eine gute Show, also wir sind natürlich sehr viel gewohnt hier, du nicht, also im Vergleich zu SmackDown muss das für dich ja Bombe gewesen sein. Ich würde sagen, ich als der das jede Woche hier reviewt, war das eine absolut okaye Show, aber konnte nicht an die letzten Wochen mithalten. Wie fandst du das? Ja, das war schon für mich immer noch brauchbar, war eine wirklich gute Show und im Vergleich zu SmackDown war es eine, so kann SmackDown immer sein, also da sind wir meilenweit noch vorne mit dabei. Es war eine gute Show, hier war einiges drin, mir hat der Start gefallen, du hast mit Gunther angefangen und Ludwig, du hast mit Gunther und Ludwig aufgehört, also die Show geschlossen, das ist schon mal cool. Die Show hat den roten Faden, du hattest auch viele Mid-Cut-Stories, die ich cool finde. Sheamus, Pete Dunne, für mich das Match of the Night gewesen, richtig cool. Dann American Mate, die mit den Wilds weitermachen, ist auch was Cooles. CM Punk gegen Drew McIntyre für Berlin angekündigt, wie geil ist das denn? Ja, und beim New Day knistert es weiterhin, von daher, einiges drin gewesen. Ich will mich gar nicht beschweren, ich glaube, dass die nächsten Wochen auch weiter einen roten Faden haben werden, wo es mindestens brauchbar bleibt. Bronson gegen Braun wird nächste Woche, glaube ich, fetzen und von daher ist hier einiges aufgebaut worden. Raw ist weiter spannend im Vergleich zu SmackDown großartig und deswegen hatte ich eine Menge Spaß und würde sagen, es ist brauchbar bis brauchbar plus. Gar nicht verkehrt gewesen. Ja, ich würde auch sagen, brauchbar wunderbar, die Awards, Damien Priest, Dumpfbacke. Ich habe den Goldberg an Bronson Reed gegeben, einfach so, Goldner Goldberg in Gold, weil der hat ja schon dominiert. Wen hast du? Ich habe den an CM Punk gegeben, weil er das Match für Berlin angekündigt hat und weil es mich am meisten gefreut hat. Was soll ich sagen? Es hat mich einfach so gefreut, da musste der Goldner Goldberg in Gold an CM Punk gehen. Ist auch in Ordnung. Werden die aber Ludwig geben können für seinen Match gegen Randy Orton, das alleine ist ja schon super. Das war Raw, ich hoffe, es war einigermaßen unterhaltsam, was wir gesagt haben, vor allem, was der Chris gesagt hat. Ist ja nicht immer unterhaltsam, deswegen doch. Ich habe noch eine Match-Empfehlung. Ey, was soll das denn? Ja, sag mal. Ich könnte bei Smackdown ja auch eine Match-Empfehlung machen, das mache ich nur bei Raw, wo das wirklich Wichtige passiert. Morgen. Das hat sich verdient. Morgen am Mittwoch, gucken wir das, SummerSlam 2005. Klassiker, Hulk Hogan gegen Shawn Michaels. Guckt euch das an, 19 Jahre ist das jetzt her, ne? Das war das Ding, wo Hulk Hogan und Shawn Michaels sich auf eine Drei-Match-Serie geeinigt haben, wo Shawn Michaels auch mal gewinnt und Hulk Hogan kurz vorhin gesagt hat, eigentlich habe ich keine Lust, dass du gewinnst, wir machen nur ein Match und deswegen waren Shawn Michaels ein bisschen angepisst und deswegen hat Shawn Michaels das kleine Kind in ihm rausgelassen und hat das ganze Match einfach komplett overgesellt. Es ist so ein lustiges Match, wenn ich das angucke. Hulk Hogan wird zunehmend bütend, der hat da keinen Bock drauf, der will einfach nur so ein früheres Match haben wie früher und Shawn Michaels macht sich einen Spaß. Eins der legendärsten Matche. Guckt euch das an, das ist toll. Ja, vor allem noch eines der letzten von einem Hulk Hogan in der WWE, also schaut euch das auf jeden Fall an. Wir werden es auf jeden Fall tun, in SummerSlam 2005. Ich kenne das Match natürlich, das war schon witzig und ja, zeigt, was Hogan für ein Sympathieträger Backstage war, wenn ja, seine Gegner sich schon so öffentlich im TV gegen ihn wären. Aber gut, Schwamm drüber, schaut euch das auf jeden Fall an und dann habt ihr sogar noch eine Match-Empfehlung. Schon, Michael, sehr lustig. Ich habe verschiedene Abspann-Gaudis. Es läuft langsam an, wir machen das jede Woche. Auch das machen wir bei SmackDown nicht. Uns ist das total egal, bei Raw machen wir das. Hashtag Abspann-Gaudi bitte in die Kommentare, wenn ihr eine Frage an Wörter oder mich habt, in dem Fall an Chris oder mich. Ich gucke gerade, es sind verschiedene gekommen letzte Woche, ziemlich viel auch zu Wörter. Das ist ein bisschen schwierig. Nehmen wir doch einfach mal den Scheulchen. unseren legendären Scheulchen, der erste Patch halt überhaupt. Abspann-Gaudi. Marcel hat gesagt, dass er 2013 wieder angefangen hat, WWE zu schauen. Was hat dich dazu bewegt? Möchte von Wörter auch das Gleiche wissen, wenn er mal aufgehört hat. Bei mir war es der Abgang von Vince am 22. Juli 2022. Chris, warum bist du wieder zum Wrestling gekommen? Ich kann das bei mir relativ schnell sagen. 2013 war das. Ich bin mit Brian Dänisen wieder reingekommen. Das war einfach damals in der Studenten-WG. Wir haben früher, unabhängig voneinander, immer DSF geguckt, WCW. Und dann aber viele Jahre nicht. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt sind wir zusammen. Wir mögen eigentlich Wrestling. Wir haben wieder Bock. Eine Road to WrestleMania wollte mal gucken. Das war dann die WrestleMania, wo John Cena den Rumble gewonnen hat. Das war dann vorher schon. 29 war das gewesen. Und da haben wir das dann geguckt und dann sind wir verbrannt und geblieben. Ging einfach nicht mehr. Dann waren wir dann dabei. Und jetzt bin ich immer noch dabei. Das ist krass, Chris. Hast du auch mal so eine Geschichte? Ich habe 2006 angefangen, Wrestling zu schauen und seitdem eigentlich immer durch. Ich hatte nur immer mal so ein paar Down-Phasen, wo ich dann so wirklich sehr sporadisch die Highlights verfolgt habe. Aber so ganz aufgehört habe ich tatsächlich nie. Also seit 2006 gucke ich mir den Bums an und habe irgendwie alles verfolgt, so gut es geht. Damals war das ja noch wirklich ein Kampf. Also 2006 Raw zu sehen, das war schwierig. Smackdown lief auf DSF. Bei Raw musste man immer so ein bisschen pokern und auf interessante Internetseiten gehen, um sich Raw anschauen zu können. Ja, das war damals halt so. Aber ja, 2006 angefangen. Nie wirklich aufgehört. Immer mal wieder so ein bisschen Downs gehabt. Ja, hat die WWE auch sehr provoziert, dass man da eigentlich abspringen sollte. Aber irgendwie hat es mich nie verloren und deswegen habe ich das seither immer verfolgt. Siehste, sind wir am Ende. Hashtag Abspann Gaudi in die Kommentare. Wenn ihr das auch wollt, lasst einen Daumen da. Wunderbar. kicktip.de slash westlingwahl, wenn ihr mit mir Bundesliga tippen wollt und dem Chris und verschiedenen anderen. Geil wird das. Ich habe nichts mehr zu sagen. Chris, hast du dich gefreut, bei Raw zu sein? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ich habe mich sehr gefreut, bei Raw gewesen zu sein, weil das meine letzte WWE-Review war vor der Smackdown in Berlin. Und von daher war es schön, dann nochmal so einen anderen Blick zu bekommen. Ich habe ja letzte Woche noch Smackdown gesehen und jetzt diese Woche Raw. Deswegen bin ich, was den Bash angeht, ich bin voll im Saft. Ich habe Bock. Ich bin on fire. Diese vier Matches, die bisher auf der Card sind, geil, wenn da jetzt bei Smackdown hoffentlich kein Murks mehr drauf kommt. Ist das doch ein runder PLI, da können wir uns alle drauf freuen. Deswegen hat es Spaß gemacht, heute mit dir über Raw reden zu können. Ich hoffe, ihr hattet auch alles Spaß. Ja, und würde mich jetzt verabschieden. Ja, genießt die Zeit, genießt AEW All-In und dann die wichtigste Woche im Wrestling Deutschland des Jahres, die Bash in Berlin-Woche. Ich hoffe, dass wir uns alle sehen. Sportfight.de slash Berlin. Huge Announcement von Tobi Kahn. Wird großartig. Und ansonsten genießt die Zeit, genießt das Wetter und vor allem genießt Wrestling und man riecht sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.